Ja, Leute, also meine Brille ist auch von Vielmann. Die sind sehr, sehr preiswert, sehr günstig. Das Gestell, das ist aus feinstem Maschendrahtzaun, einfach super hingebogen. Und die Putzfrauen, die ganzen Mitarbeiter in dem Geschäft sind top. Also die stundenlang, stundenlang sortieren die da die guten Linsen ins Töpfchen und die schlechten ins andere Töpfchen. Also Vielmann ist wirklich top, Brille, Vielmann.